Ja und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 2 Full Cifre Commander. Ich muss immer überlegen was zeige ich zuerst Black Ops 2 Full Cifre Commander. Suche und uns zerstören oder jedem. Also immer Karte Spielmodus oder zuerst irgendwie ein Spiel oder keine Ahnung was. So wir legen gleich los. So wir spielen nochmal gegen das Team vom letztes Mal. Aber diesmal ist der Kreuz bei uns dabei. Das heißt es gibt ein bisschen mehr ab. Aber wir haben hier ein halber Clan mit drin. Das ist halt auch ein bisschen. Mal schauen. Ich chill mal hier auf meinem Stein. Hm. Schleichen wir mal hin. Obwohl wir schon B schon relativ gut unter Kontrolle haben. Gehen wir mal hier hoch. Dann haben wir hier die Seite. Der Kreuz der rennt da rein und macht halt auch noch alles platt. So okay. War der letzte Kill irgendwie AFK oder so? Hat sich grad so angehört. Obwohl, ne. Okay, darfst du mir nicht AFK. Ach da in der Ecke. Bäm. Doch der sagt AFK. Wie kommt der AFK hin? Okay. So ein Idiot. Ich geh noch nicht mitten in der Runde AFK. Ja. Also am Anfang kann ich es ja noch verstehen oder so. Aber so irgendwo hier mich jetzt hinsetzen. Oder wenn er auch am Start steht. Aber irgendwie, naja. Und kein Treffer. Gibt's ja nicht. Au, au, au. Hier ist schön dein Leben geballert. Meine Leistung mal wieder. Noch nichts getan vor das Team. Schauen wir mal dem mal zu. Oh, oh, oh. Jetzt wird's eng. Na, kommt noch ein Schlag. Ha, ha, ha. Alter. Geht schon. Oh. Der Swaggy hat kein Swag. So war das schön geschossen da. Schön gezielt. Schauen wir mal. Na, schön gezielt. Sagen wir's mal so. Hier schön in die Mitte von der Stirn. So, eins zu eins. Soll ich nochmal wagen bei Arne hinzugehen? Naja. Schauen wir mal. Ha, geflasht. So. Haben wir im Gesicht kratzen und... Ja, flieg runter Leiche. Ach, der wurde auch noch geflasht. Oh, der stand da so. Hab gedacht, wenn, dann stehen sie meistens im Haus oder kommen halt entgegengelaufen. Aber dass er so hinterm Stein versteckt, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, der Keut ist noch da, oder? Schauen wir dem mal zu. So, ey, das ist ja auch mies. Haha. Okay. Wenn sie sich umdrehen, dann holt er die Waffe raus und schießt den Leuten in den Rücken oder so. Das ist eigentlich auch eine nicht schlechte Taktik. Oder gerade beim Nachladen oder so. Hier sieht er auch hinter der, zack. Sieht ihn nicht, bam. Das muss ich auch mal machen. Krieg ich vielleicht auch mal positive Stats. Oh, wow, da hat er... Ah, schade. So, wie sieht es aus? Eins gegen... Oh, zwei. Rechtsrum lauft einer. Muss gleich von hinten kommen. Den hört er jetzt aber leider nicht. Naja, genau da muss einer sein. Genau jetzt. Hatte ich die Bombe, weil die da hinten liegt? Weiß ich gar nicht. So, oh. Oh, Aldo. Haha. Da legt er sich auch noch hier rin. Aber jetzt kommen die zwei Uhr gleich. So, komm, Aldo. Oh, jetzt mach halt... Mach halt ne Show, echt. Der gibt's ja gar nicht. Schon gedacht, jetzt geht er voll drauf. Nur weil er unbedingt messern wollte. Oh, der entdeffused, oder? Also, guck mal, wie die mal wegrennen. Also, ich sag mal, ist ja jetzt nicht schlimm. Aber immer wenn ich wegrenne, dann werde ich währenddessen noch schossen. Und hier? Guck mal, der rennt immer weg. Guck mal, mich hätten sie jetzt schon längst getroffen und ich wäre schon down. So, aber die geht hoch. Das ist für uns mal wieder gut. Der eine rennt nur weg. Ich wollte sich nicht dem Kampf stellen. Hey, da hab ich schon gedacht, hey, da, dass sie jetzt stirbt. Aber dann hier. Zack. So, jetzt müssen wir verteidigen. Okay. So, da geht er schon hin. Ah, da geht er schon hin. Von mal hier hin. Bleiben wir mal ab hier. Da kommen sie schon. So, kommt der, oder? Oh, da hat er noch ein schönes Hingeschmissen. Ich glaub, eine Mine. Der läuft doch weg. Das ist ja einfach weggerannt. Gibt's doch gar nicht. So, mal ein bisschen schleichen. Nicht, dass sie mich hören. Obwohl die hören irgendwie alle nie was. Habe ich so das Gefühl. Na, da liegt er. Auf das hab ich jetzt... Na, der hat mich aber glaub gehört sogar. Liegt er einfach da. Achtung. Ach, das sieht der auch. Okay. Haha. Die war aber auch blöd platziert, glaub. Ja, da springt er auf dem Motor aber rum. Und kriegt ihn nicht. Bitter, bitter. Vor allem da hinten ja noch hier mit der Sniper auch noch unterstützt. Zwei gegen eins halt. So, das könnte schon noch ein bisschen eng werden. Oh, alles. Laufen die alle über B oder was? So, oh, jetzt wissen sie, dass ich da bin. So, sogar eine MP hatte geworfen. Tja, weißt du, wenn er so langsam um die Ecke kommt. Oh, die kann runtergeflogen sein. Aber hier war glaubt noch einer. So, wow. Alter, dass ich den bekommen hab. Das ist meistens so eine Situation, dass der eine immer schnell... Alter, ist schwierig. Und ich hab irgendwie schon gewusst, dass da ein Sniper hin zielt. Jetzt eher vielleicht von weiter rechts, aber... Naja. Ich hab ihn gesehen, hab reagiert, hab gedacht so, oh, zielen, schießen. Aber dann war ich schon tot. Ja, so schaut's aus. So, noch zwei. Gegen einen. Ja, das könnte euch schon gut sein, oder? So, hier war da doch der eine Sniper irgendwo. Oh, wow. Schöne Reaktion. So, bei B schon mal nicht, oder legt man nicht. Hm, gammelt der rum. Scheint wohl auch ein bisschen ein Defensiv-Felder, wenn der eine Sniper hat. So, ja, hier ist ein... Ach nee, das ist von uns die Shock Charge. So, also langsam sollte er jetzt mal irgendwie legen. Ja, nämlich genau hier. So, ich denke mal, der läuft hoch, ja. Oh, oh shit. Na, jetzt mit der Sniper. Meinst du, ist er auch nicht hier schon reingegangen, oder da rechts oder so, oder? Ah, da rechts steht er. Alter. Wieviel kann der hier aushalten? So, ich denke, der gammelt immer noch irgendwo da oben rum. Ah, guck, da links. So wie ich's gesagt hab. Schade, schade. Jetzt müssen wir aufholen. Jetzt dürfen sie nicht mehr gewinnen. Hätte er denn nicht vorher eine Sniper? Oder war das jemand anderes? So, jetzt sollten wir aufpassen. So, jetzt laufen wir hier den Weg entlang, weil da werden sie wohl auch kommen. Ah, komm und. Na, von den Hintern. Na, von der einen Seite kommt ja auch einer. Glaub ich mal, oder? Scheine rausgesprungen. Oh! Ich hatte halt Schiss, weil von vorne nämlich immer schon einer angegriffen hat. Einer der Gammelsiale. Da hinten rum. So, ja, du solltest du aufpassen, weil da kommt gleich einer. So, da, hier. Oh! 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 Zweimal daneben und dann ein Headshot. Oh, jetzt macht ihr wieder eine Showman. Oh, Mann. Also, einen hätte er schon mitnehmen können. Da verpisst er sich gleich wieder. Das ist ein super Team. Das ist immer wieder eine Unterzahl. Ja. Ja, okay, wenn die gewinnen. Oh! Eins gegen vier. Ich glaube, das wird auch nicht mehr. Nix mehr. Der Käuße ist ja nicht schlecht, aber... Alter, was war das, Mann? Oh, Mann. Hat er sich wirklich selbst in die Luft gejagt? Schieß drauf, oh, Mann. Alter, was für ein Kill. Ja, war doch mal eine eigentlich ganz coole Runde. Obwohl, ja, Richtung Ende haben wir ein bisschen verkackt. Ich meine, 2 zu 2. Bis dahin war es immer normal. Ich hoffe, du hast nicht mal ganz gefallen. Ich würde mich freuen. Über Daumen, Kommentaren. Whatever. Wiederschauen und reingehauen. Negativ.